Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Let's play together Borderlands Yeah Motherfucker Motherfucker Wo müssen wir lang? Falsche Richtung Jungs Oh meine Mutti Ey Wie sollst du immer meine Mutti klauen? Wir müssen Richtung da lang Müssen wir? Ne ich hier vorne hin zu diesem überdachten Schild Aber dahinten sind's Gags Wow Links von dir auch Oh der ist geplatzt Was hat der alles gebroppt? Lass mal bitte kurz gucken Muni, Geld für mich Links Muni, für mich? Noch nicht mal Pistolen Muni? Nein Scheiße Oh ich bin voll geil Lass mich trotzdem meine Muni da Aber Mecca nachher nicht wieder Ach Heddy, laufen wir doch nicht in die Schussbahn Wenn ich wieder mit der großen Subazuka anfange Welcher Oh Alter, guck dir das an Ich kann mich nämlich noch schön daran erinnern Dass mich irgendjemand mal zugeflamt hat Weil ich die Bazooka benutzt habe Warte ich muss nachladen Geld Muni Und Muni für Nero Oh fuck Oh fuck Nächstes Level Oh ja Oh Scharfschutz BAM Meine Muni Und vor allem lass uns dann auch die Waffen übernehmen Nicht einfach sinnlos nehmen Nur so zur Impfung Ja deswegen sag ich ja Ich bin ziemlich auf Shotgun bzw. Pistole und Bazooka Ja Pistole wir auch Ja Pistole, Pistole nehmen wir alle Das ist klar Das war deine Muni So wollen wir noch mal kurz hier gucken ob hier irgendwas in Kisten oder so liegt Oder wollen wir direkt wieder zurück und abliegen Ich würde sagen wir können auch Ah guck mal das ist eine Truhe Was haben wir denn? Was haben wir denn? Können wir uns bitte erstmal darauf einigen wer überhaupt jetzt alles für Waffen nimmt Nein scheiße Da war eine Waffe für mich in Nils Ja die ist da gleich auch noch Das ist der Battle Area da wollen wir gar nicht Da wollen wir gar nicht rein Du Ich würde nicht so gerne wenn die Waffe jetzt weg ist ne Ich töte dich im Einkauf Ich zerstöre dein Haus und brenne deine Familie ab Was? Das war böse Das war richtig böse Ich hab nen schwarzen Bildschirm So da ist sie Die ist auf und jetzt ist sie leer Nils Was? Verarsch mich nicht Komm doch her Du hast die gar nicht genommen Ich habe keine Waffe drin Ich habe nur die und meine andere Meine Waffe ist jetzt So äh ja Wer welche Waffe hat Ich nehme die SMGs Also die kleineren Und die Maschinengewehre Das sind Soldatenwaffen Ja Ich nehme äh Für den Jäger nehme ich natürlich die Scharfschützengewehre Und Piston Möchtig Ja ich bin auf Shotguns Beziehungsweise Bazooker gestreckt Und äh werde auch auf jeden Fall Pistolen nehmen Ja also Pistolen ist ja im Vorrang erstmal Nils Das ist wichtig Ja du bist ja der Raketenwerfer ist ja sowieso Deins Bibo Ja Lol 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 Juhu Pistolen Muni Oh warte Au Hände ich nicht durch Ich muss kurz mal außen rum So Was liegt denn da alles? Munition aber nicht für mich Für mich? Ja das ist deine Muni Aber die kannst du nicht aufnehmen oder was? Dann nehme ich die Falls ich nochmal herkomme Ja die Nee die Die disappeared ja wieder Die bleibt da nicht liegen Nein die bleibt Doch Juhu Geld Oh Pistole Nimm Ich lauf schon mal zurück Meine Pistole Muni ist Achso das ist der Repeater Aber die Muni kannst du haben Meine Piste ist nämlich voll Was für ein Repeater Der macht 10 Schaden Nö meine Piste die ich bisher habe ist besser Den Schaden Dann kannst du mir die geben Weil meine Pistole macht 8 Schaden Ja gut warte dann komme ich Ich komme sowieso gerade jetzt zu dir Ja meine macht auch 10 Ich habe sowieso eine Sniperpistole Ja wieso hast du eine mit Zivisier drauf oder was? Ja Lauf nicht weg Hä? Ich freue mich auf die Fahrzeuge Warte Jungs Also erstmal komme ich hier runter Denn hier unten hast du eine Kiste übersehen Bibo Das ist Geld So komm her Bibo Ähh Wegwerfen Freut ihr euch eigentlich auch schon auf die Fahrzeuge? Ja Okay Ja auf die Fahrzeuge freue ich mich mit am meisten Oh ja Ich habe gebargt Ich habe gebargt Ich drücke aber auf Vergleichen aber das will ich gar nicht Ah er speichert gerade das heißt Yannick ist wohl schon da Was? Juhu er hat abgeliefert TK Baha das ist der da hinten Juhu da wäre ich doch gleich mal hinten Das wäre gut wenn ihr jetzt obwohl ich bin in der Aufnahme lasst mich doch auch mal machen Ich muss Leute sehen Ja da kommt ihr in die Cutscene oder? Richtig Kriege ich die auch wenn ich hier hinten bin? Ja Die sehen wir alle gleichzeitig Erstmal habt ihr hier ein paar Daten Ja Nick bitte sag mir dass du das Dass du da gehst Nein ich mach diese Daten tot Ach da hinten sind sie Dann plündere ich mal TK Baha's Müllcontainer Echt? Oh sie sind gar nicht schlecht Oh Oh tut mir leid ich wusste nicht dass das schon immer alleine geht wenn man näher Die Game Baha Die englische Synchros aber immer noch am geilsten Ja natürlich ist sie das Ich finde die Deutsche auch ganz mal gruselig Leute So jetzt müssen wir die Vorräte erst mieten Ich bin fast weg Ich auch Und da sind wir auch noch scared So ich hab den Er hat Dings gedroppt Ich kann sie nehmen So wo sind hier Skacks Ja dann sind sie schon weg Super wunderbar So wo müssen wir überhaupt hin? Da hinten hin Seht ihr mich hier oben auf dem Berg? Hier lang weiter Ja wir müssen die gestohlen Ah da kommt Skacks Ja die sind nämlich von den Skacks geklaut worden Warum fühlen wir dein Leben sich von automatisch aus? War das nicht mal so? Bitte was? Ich dachte mein Leben fällt sich von automatisch aus Das war doch mal so Nein das ist in dem Spiel leider nicht so Das ist in Saints Row ist das zum Beispiel ja so Aber hier ist es nicht der Fall So da vorne sind die ersten schon Muss man ja sogar ein bisschen aufpassen was man macht Hat jemand Pistolen Muni braucht im Klo liegt welche? Pfff Iiiiih scheiß aus Muni Scheiß Munition ey Ha! Tja hätte mir nicht die Wache gesagt Oh Gott Da komm doch nicht auf dich zusammen du Pissenecke Sniper Muni Ah Sniper Muni wo? Juhu hier Ups Entschuldigung jetzt so Hier liegt noch Shotgun Muni Verdammt So ein Vorrat haben wir Nummer 2 Da haben wir noch ein Vorrat Wie viele Füße hat der Typ eigentlich? Wer? TK Keine Ahnung Da haben wir noch eins Nummer 3 Vorne ist Nummer 4 Hier falls jemand Nummer 4 Lucky Lucky jetzt weil da Lucky steht Nero hier liegt eine Lebensspritze Kannst mich auch Lucky nennen das ist kein Problem Lucky Loser Lucky Winner Von mir aus können wir mich auch wieder Lucky nennen Das ist mir vollkommen egal Na ne auf deinem Banner steht Denero LP Stimmt Ja der nennt mich halt Lucky Denero LP Oder wie die jetzt irgendwann mal im Salesforce Part gesagt haben Den Nero Lucky LP Bist der Lucky Nero Freaker Irgendwie so Es gibt bunte Mischung von meinem Namen So ich geb mal die Dings ab Komm Wir müssen Granaten kaufen In Firestone Ich will die Fahrzeuge haben Ja ich auch Freddy hinter dir Hörsacker Das krieg ich schon hin Na gut Ich geh schon mal nach Firestone Ihr macht das Er hat Geld gedroppt Na gut Lauf Ich Sniperpistil mal ein bisschen Sniperpistil mal ein bisschen Wo ist denn der Oh wo konnte man hier denn Ach da ist der Waffenladen Stimmt ja der war ja da Irgendwas gedroppt für mich? Außer Kohle Ja sonst ist hier sonst noch Muni für Nils gewesen Ja die hole ich mir nachher Irgendwie kann man Ne die verschwindet ja Und vor allem wir haben diesmal auch den Vorteil dass wir alle dasselbe Level haben Oh wir haben Granaten Ich nicht wahrscheinlich aber Docke ich einmal Einmal Munition auf Warte mal Ist es hier so zu? Muni und hier So was haben wir denn da die Hand? Ach hier Für dich Muni Muni Kostenlos Ah cool Danke für Bebo auch Ach ne die habe ich jetzt gerade voll gekauft Na egal Wenn sie da bleibt dann umso besser Dann will ich mir jetzt auch mal ne Waffe kaufen Ja ich muss gerade mal gucken Oh die Rifle ist für mich ne Ja Rusty Sniper Wie kann ich denn vergleichen ob die besser ist als meine? Jetzt hier Rechtsklick und vergleichen oder auf E Oh ja die ist tausendmal besser Nö meine die ich im Inventar habe die ich am Anfang des Spiels gefunden habe ist besser Ich brauche noch einen Kill dann bin ich Stufe 4 Und dann kann ich die benutzen Achja so Granate gekauft abliefern Wie will die denn abliefern? Bei TK Baha wahrscheinlich ne? Kann ich mir jetzt eine Waffe kaufen? So Neue Waffe gekauft die ist jetzt im Inventar Mhm Äh Gibt auch ne neue Waffe Needs prügelt sich wieder mit irgendwelchen Gegnern Ja meine Sniper macht noch so gut wie Wenn du Headers machst schon Oh ich habe so ne 3 Schuss so ne Halbautomatik gerade Ja sehr schön ich bin Level 4 Ja Guess I catch a grenade for ya Wer hat nen Repeater gedroppt 10 Schuss äh Schaden macht die Braucht die jemand? Hä wieso kann ich meine Sniper nicht ausrüsten? Ich nehm sie erstmal Was muss ich jetzt überhaupt machen? Grae